hallo leute willkommen zu einer folge von deltaron nämlich chapter 2 und heilige scheiße ist es lange her seit der letzten folge. deltaron selbst kam am 31 oktober 2018 raus, außer ich höre mich jetzt aber ich hab jetzt noch extra geschaut, es müsste richtig sein, außer ich hab mich irgendwie verlesen und bin einfach dumm, aber es müsste richtig sein, dann haben wir chapter 2, was am 17. september hier released ist 2021, also letztes jahr, vor mehr als einem jahr jetzt schon eigentlich, und ich hab's abgeschlossen, also Kapitel 1, vor zwei jahren, nämlich im juni, beziehungsweise eigentlich schon erst, aber halt im juni komplett, weil ich noch die Sachen wie zum beispiel das zweite ending gemacht habe, wo man keinen verletzt und den, äh, dann den könig überwirft, äh, und dann noch, äh, Javel-Kampf und ja, und seitdem ist, äh, einiges passiert, äh, haupten, jetzt haben sich geändert, ich hab mich verändert, blablabla und ich hab das ist natürlich rausgekommen und ich hab einfach, ist nie angefasst, weil, ich weiß nicht warum, ich glaub ich war einfach in der Zeit, wo ich nicht wirklich viel Motivation hatte, ja doch, ja doch, 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 äh, aber jetzt sind wir hier, ich nehme, ich hole das endlich nach, wir stürzen da rein, und, ja, ich bin mal sehr gespannt, aktuell ist auch hier Kapitel 3 bis 5 in der Arbeit und sollen gleichzeitig zusammen rauskommen, aber ja, ich würde mal sagen, wir starten jetzt, oh, was wir diesen, ich bin wirklich mal gespannt, wie es weitergeht, weil ich hab, wirklich je, äh, spoiler, äh, verhindert, also, ja, your room, chapter 1 and, okay, der Name ist doch leider der alte, aber nicht schlimm, so, start, ich muss mich mal wieder in die Tasten gewöhnen, Chris, Chris, honey, are you awake? Wait, 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 is that a, a knife? No! Chris, did you eat all of the pie? Um, it's, it is your knife in this empty, uh, tin, is it not? Oh, Chris, am I going to have to, uh, lock the oven again? Well, hurry, are you out of bed, it's time for school. Okay. Einfach so, jetzt feilt hast du, ne, oh Gott, jetzt muss ich mich wieder daran gewöhnen. Ah, da wären wir wieder in unserem Zimmer, und, okay, ich dachte, als erstes würde ich auf das Ende beziehen, weil, wie ihr vielleicht noch euch erinnert, äh, habt ihr das, äh, Kapitel 1 damit, äh, ich seh grad nur, mein, äh, Licht hat, paar Probleme. Äh, egal, ich weiß mal nicht, ob ich überhaupt Facecam habe hier gerade aktuell, also, ich weiß mal nicht, weil, wieder, äh, ich, äh, komm wieder, ob, äh, vom, äh, ich verliere mit dem Roten fahren. Also, wir haben auf jeden Fall unser Herz rausgenommen, oder so, um die Blub-Lub-Seelen da reingeschmissen und Kontrolle verloren eigentlich. Warum und wieso? Keine Ahnung, vielleicht haben wir mehr Kontext in diesem Chapter dazu. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nur noch mehr Fragen. Unternef the bed is an old cartridge of CatPatter's RPG. Caddy and Caddy can be seen, f- Fadelly written on it, uh, in one gel pen, okay. On the computer's desktop is a folder called Epic Games Stuff. It's a poorly drawn design for a game. Seems the last boss is a creature with giant rainbow wings. Huh, doesn't seem like this game ever saw the light of day. There's five dollars in your border store. Take it? I guess. You reluctantly borrowed five dollars, okay. Close door. Nice. It's a birdcage. When it's just closed, there's no escape. Hm, interessant. You bet. Sonst, hier vielleicht noch? Even after a long night, the sunrise is the same as always. So. We should say, we should look at us all over. The door is locked. Okay. It's what they call you. How to draw dragons is at the bottom of the drawer. The purple character on the cover is dressed immodestly. Your border will never return this book. Hm. A cactus. There's not much to say about it. There's no time to read books, just generally. Okay. Geh wir mal runter. Ah, wo wir, Chapter 1, glaube ich, die Twilight Zone, ja, voilà. So. You flush the toilet. Wenn wir, glaube ich, genug Flaschen, dann, bekommen wir einen Kommentar von Tori erlaubt. Also, was, glaube ich, im ersten Chapter, das ist lange her. Ich weiß nur, vom zweiten Chapter, es gibt so irgendeine Figur, so, von dem auch vor kurzem erst, ich habe vor einem Monat oder so, glaube ich, äh, Dings, äh, Plushies, wo er verkauft wurden und alles so. Und, it's not your time to wash your hands. Okay. Und, was habe ich noch mitbekommen? Ich habe so einen Screenshot gesehen, aber das war eigentlich schon, vor eigentlich das, äh, das, äh, das Kapitel rausgekommen ist. So, dajennt es, nach blumen von asko da rein schmeißt it's a landline phone but you only have a cell phone okay when i see a chariot it's chariot the beloved living room chair here also paar texte sind noch gleich geblieben it's the tv looks like it's blocked in als dusty also noch immer gleiche texte aber auch once haben sich geändert well shall we go also definitiv zweiter tag aber hätten wir sonst musik ms beim ersten mal und zusi ist rechtlich ja okay dafür desibiert jetzt die kassi kann tag aber der after class der mt hey chris ich mache das spiel mal langsamer das ist verdammt laut die drei prozent alter ich muss es auf drei fucking brot sein warte wird man mich überhaupt hört wahrscheinlich ok kommen wir mal hier dass die wahl mit so ok ich will nicht dass man mich nicht hört so wurde auf shoulder von time für sie präsentiert es gibt aber die leute trete people hey warum wird der texte geskippt that's not i in any case good morning kass we have a lot to go over today first we're studying to do studying the reading from page 142 ok um i i guess i could read it uh trouble yourself not know how i will relently take this blow of humiliation um but that's okay i can hm und das spiel nach page 142 it was the best of time that was the worst of times times are pretty good times are pretty bad mediocre times iffy times so so times listening to this your eyes began to close automatically have a nice day everyone warum skip der text das nervt mich oh um chris are you okay you were um sleeping all class don't worry i'm not mad just consent usually you only sleep through the start chris where did you and susie go yesterday um if you don't want to tell me that's okay i was just really worried about you if susie causes you any trouble then okay i can't really do anything schon wieder text geskippt was issen das hä das spiel gerade problem das weird uh warte hier motivational quotes from various literature try your best astral wolf even if you die even in darkest hour that one seems to be from a video game das ist glaube ich nichts wichtiges was wir verbracht haben das ist sehr weird oh susie hallo well look who it is the school zombie he was sleeping like a copse in class heh what's the matter had trouble going beddy by last night naja wird unser kleines scharfs problem okay heh meet you chris i could sleep after yesterday just waiting for today felt like yes did all that stuff really happen haha i see what you did there weil es drei jahre fast schon her ist lancer well say everyone but is still look we've been wanting the same right come on already okay das ging schnell als gedacht ich dachte das wird noch ein bisschen drum gespielt werden aber nehm ich gehe direkt äh in den schrank all right chris das ist es das ist moment of truth everything we've been waiting for is just behind this ob es funktioniert if we um open this there's nothing inside we'll uh we'll still be screw it let's just open it already uh susie yeah now hey what the hell are you doing here um sorry to bother you but um i uh well i just berkeley and i were going to library to to do some reach research or group projects and if it's okay um would you like would you want to come too oh chris you can come too i mean uh i mean we're like uh busy with um chris help me out here what do we say hanging out alone in the closet crime crime you know just committing crimes just gonna do some crimes and go to jail forever it sucks oh um well uh that sounds i'm just have her need you i'll be at the library chris if you could bring her by later it would mean a lot to me okay then i hope i will try to bring her later yeah for things to bring her wait chris what the hell was that why would noelle ask me to do homework with her which much death which death wish much death wish much does she want to fail wait a second wait a second chris did you notice how nervous she was and like blushing and stuff chris you don't think she 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 uh she's under your secret identities you know this dark world stuff damn we gotta keep this on the web chris this is our thing you know yeah definitiv uh 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 wegen dem dark world anyway enough waiting already right let's go oh jeez und sind sie nicht wirklich oh cool oh das ist richtig cool oh ha das sieht aus wie der ort wo wir aufgehört haben ah ne wir ok wir sind hier here we are welsai chris suzie it's been never so long yeah yeah it's been what a day oh that is short isn't it it's just that i've never heard of never had friends before so i've never waited so long to see them again either fine guess we'll try not to let you die our loneliness i bet lancer wants to see us too right hey wait a sec where is lancer where's everybody worry not suzie we'll see them in a moment just wait here all right okay hey this better not be some kind of prank or something chris i have something to ask you i need you to return to the light world and go to the old classroom to the east of the class uh close the doors closet doors inside gather everything on the ground and bring it back here could you okay okay interesting let me tell you about it you look upon the castle you first saw yesterday you have filled with the power of the immediate in nostalgia okay level level 2 okay that's true was nicht um file saved how are you going to return to have cake without me okay let's see let's see um it looks like a shop but the door's locked and no one's inside yeah then here come we vielleicht where okay it's locked suzie so i say you're not going to put your hat back on why did i look cuter before uh no i just mean you think i look cuter now it was just nice to see glass of you you're making me blush it's locked wer hätte es gedacht so it's locked ja dann eh das heißt wir müssen hier wieder zurück dann ja okay das heißt wir können die ganze Zeit entscheiden ob wir raus oder rein wollen könnten wir dann theoretisch jetzt alles erkunden the door is locked santa sweet sush zwischen die zuhwelt und freikannen entscheiden okay you get dammit um and turn it into a giant dusty ball alles klar uh manage to cram everything into the closet even the walk okay wo 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 and how is chris doing they're great tori one of my favorite students a real star oh how wonderful they not have been to anything strange hehe no they've been oops they're normal hehe well that is really relieving i've just been a little concerned lately just lately just lately take it easy too alphas i'm always cheering you on alright and i just thanks okay okay das heißt wir kommen nicht vorbei okay das heißt wir müssen äh hier rein okay und yeet ui okay ich bin gespannt was damit passiert hey chris so where are we what oh get two speck clowns lancer oh nice hey chris don't know what you did but hell yeah everyone's here but uh what happened to uh lancer's castle all gone gone right when chris sealed the fountain that dark world disappeared and turned back into a normal classroom so westlands are gonna live now don't worry susie we'll conquer waltz's castle as our own chris 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 and as you bring back with the denizens back here the power of our fountain we'll transform this town more and more from now on enemies we spare will be ubiquited to our town so let's keep sparing enemies okay anyhow why don't we all have a look around we can head north towards the castle i have a special surprise to show you there haha, nicht wenn ich mich zufrieden habe. Der letzte hier ist ein frischer und französischer Ecke. Komm schon, Chris, du musst ihn uns bieten lassen. Oh, es ist eine wunderbare Stadt, wirklich, danke. So, warum ich alleine hier bin? Ein bisschen self-reflexion, ich glaube. Ich dachte, ich war schon sehr gut. So, ich möchte sagen, dass ich... Still am. Mein Gott, ich kann nicht in der Gesellschaften. Für jetzt, ich werde leben in der Tower of this Cliff. Wenn ich bereit zu treffen, ich werde wieder zurückkommen. Danke, danke für die wunderbare Stadt. Ich werde nicht benutzen. Okay, interessant. Ich lieber auf wie viele Charakter die... Die Person hier haben. Und hier können wir wahrscheinlich wieder zurück. Chris, erst dann findet ihr schön hier in der Castle. Okay, und was haben wir hier? Also können wir da hin, oder? Und werden wir auch geblockt. Ich drücke gerade nicht zum Laufen, weil ich habe gemerkt, dass es gibt irgendwie Text und alles, und das will ich gerade vermeiden. Okay, sind sie auch alle angesammelt. Ich würde sagen, wir reden mit ihnen. Äh, Mr. Society left, didn't here. I reckon he knew, dass das nicht passieren würde. It's not full of yours. He'll no, I'll be back one day. Okay, das ist ein bisschen interessant. Without trees, I must gain a nutrition by eating clothes. Such is the way of the worm. Okay. Dann... Lauf, 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 lauf. Hier ist die Tür. Ich glaub mal, die bleibt zu, ne? I like being like this. Don't tell anybody. Okay. It seems to be locked. It will never open again. Okay, das ist, weil wir wahrscheinlich dann diese ganze Welt aufgelöst haben. Und hier haben... Ich frag mich nur, weil, äh... Dings... Wells hat sich auch, äh... Gesagt, dass um, äh... mehr Leute mir sparen, dass mehr rekrutieren wir auch hier. Also, ich hab mitbekommen, das war eine von den Sachen, die ich mitbekommen hab, dass es natürlich eine Genocide Route geht, aber so eine etwas mehr ausgebaut und nicht so, äh... Dings, mehr neutral wie in Chapter 1, wo man einfach nur dann halt den König selbst müssen besiegen. Währenddessen, wenn man natürlich Pass... äh... Pazifisten Route macht, dass man, äh... Dann den König zusammen mit, äh... Den Leuten des Königreichs überwirft. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich glaub, fürs erste Beispiel bei Pass... äh... Bei Pazifisten Route. Und wer weiß, wenn das Projekt dann, ich weiss nicht, in drei, vier Jahren... Äh... Fertig ist, ich weiss nicht. Hängt davon ab, wann, äh... Alles rauskommt von, äh... Von Deltarun. Ähm... Ähm... So ihr anscheinend, äh... Sieben Chapters geben. Und sie arbeitet ja gerade für drei und fünf Gleichzeit rauszuschmeißen. Ähm... Deswegen... Wer weiß... Äh... Ich glaub, ich glaub, der Heim-Marcher für Passivisten Route. Und wenn das alles fertig ist, hoffentlich in den nächsten Jahren einfach so... Ähm... Dann werden wir uns auch, wahrscheinlich auch auf die Genocide Route stürzen. Nur dieses Mal wahrscheinlich hier auf YouTube und nicht so, wie ich's mit Undertale Genocide Route gemacht habe, wo ich, äh... separat auf Twitch gemacht habe. Aber ja, jetzt reden wir mal wieder weiter. Das geil always seems like it's enjoying life more than me. Maybe it's because it's a higher level? Ja... Das ist... Das ist, was ich konnte, weil wir haben aber... Das Spiel damit... Also ich bin auf dem Speicherstand für alles mit Pazifisten Route, also... Es wundert mich, dass wir Level 2 haben. Weil wenn's das gleiche ist wie Undertale, dann hat das ne böse Bedeutung. Weil wer's nicht weiß, Undertale war's so, wenn man Level Up bekommt, hat damit natürlich zu, dass man Gegner umbringt. Beziehungsweise... Leute, der... Das König des Untergrunds eigentlich. Ähm... Und um genauer zu sein, steht, äh... LV in Undertale für Level of Violence, also Level von, äh... Ähm... Wie fällt mir das Wort nicht rein? Von Violence, wie ist es auf Deutsch? Ähm... Also, halt, desto mehr Leute, ähm, wir verletzen, desto höher geht das Level und halt, äh... Äh, desto einfacher wird es für uns, Leute zu verletzen. Deswegen, es macht mir Sorgen, dass das Level 2 ist, weil wir haben nix gemacht. Das komplette Gegenteil. Thanks to you, Commander, we have been liberated. I hereby declare today, National Ham Sandwich Day of Independence. Acceptiert. Oh, welcome to Lucatown. Also, I heard it's called. Hey, Party Dojo? Okay, der kann wir rein. Oh, cool! It's a bed for three people. Oh, one free-headed person? Ja, could sein. I'm Battlemaster, ask me about battles. Grazing. When shoots aim directly, try to move slow. Try aim where- where you're not- where- where- Try- they aim where you were- were, not where you go. Okay, take the advantage and move bit by bit. You'll gain TP, but you won't get hit. Okay, das noch so? Hole. We reach a monthly funding goal. I will now talk about a hole. It was stuck, filled with daca dollars. Fat from subscription, subscription by our followers. Working hard, no bank, no lander. Received one unit of legal tender. Thanks for donating. Kein Problem, das, ja, das waren wir. So, was das noch? Hitbox. Two shots are always as they appear. The bigger they are, the less to fear. You'll only get hurt a little inside. Take your pride and learn the size. Okay, was das noch? I finished nothing on Clicker. Okay. Okay, das war schnell. So, was das noch so? Finally, those are people that are normal-shaped. I will train myself for the tournament. And two? He-hey, looks like fighting wasn't in the cards, was. Lucky video, just hope you don't meet my friends. Wir werden versantilieren, wenn ich sogar jetzt schon aus dem Kapitel. Hey, boss, boss! He-he, I'm so glad to have a nice boss, I could shed it here. But I won't. I am on the job, I will cry at home with the kids. Boss, you're strong, but there's always time to learn. The next step after tutorials is training. So, me and the boys got you together at a dojo. Complete our battle challenges and get some fabulous prizes. Meanwhile, you might get a little bit tougher. I'm gonna make you the strongest boss. Challenge. J-Jigsaw Joe, Grace Challenge 1, Clovery match. Okay, we can become a jigsaw saw. Become a Joe Slayer life savings. Learn how to spare like a champ. Okay. We have more love that to become. You can act in spare on the same turn. If you know a quiz act will give an enemy 100% mercy. Spare them on the same turn with Suzy O. And then we can spare. Don't spare. We shave Jigsaw Joe's double. Nice. Suzy spare Jigsaw Joe. Where's the spare? Oh boss, you're sparing me? Yep. Und geschafft. Wait a second. I got something else to remind you of. Boss. It works the same with making an enemy tired. If an act will make an enemy tired, you swells his pacify right away. Of course, pacify is magic, so you'll need TP. Spend a turn defending to gain TP if you have to, boss. Okay, what the... Defending me? Boss, you're putting me to sleep. I mean, yawn. Make me tired and pacify me, boss. Okay. Sleepy story. And then... Magic? He'll crash them. I have my own more. I'll do it. Since he told the enemy a bad time story about beating him up, the enemy became tired. Why does he cast pacify? You did, boss. If you can manage to spare enemies right away, battles will go a lot faster. That's all. Okay. An amazing battle. As promised, here's your reward. You received Joe's living savers. One dollar. Nice. Hey, boss. Habe ich keinen Hauptjahr. Ich würde sagen, wir machen die 2 Challenge. Grace Challenge Number One. Und da kommen wir schon später Zeit immer mehr. So. Yes. Grace. Okay. Ich muss mich ein bisschen wieder gewöhnen an die Steuerung. Aber ich komme zu Recht. Ich will das. Ich bin jetzt noch ein bisschen. Dann haben wir es vorbei. Und was da. Alles geschafft. an amazing battle as promised here's your reward you received $100 what of your money he is in dark dollars okay on clover we match it it isn't clover's birthday anymore she won't go easy on you now club sandwich ah ich weiß was this yeah mit dem da okay ich würde sagen act okay mercy a topic long note people choose a topic that clover likes family that's right not that it's okay how do you know us you know nothing it yet all the time to show off okay nice act clover topic long choose the topic that clover likes uh chaos no thanks more is it that bad okay ah schade also full of fancy gegangen so topic long okay that's right not bad it's okay okay wieder dieser talk die gibt sie geht und kommt direkt nicht okay okay wieder dieser talk ja okay das war ein bisschen viel um topic uh okay just kind of acting okay magic uh heal player of the sap smile but it is a bit low choose the top they get clover likes oh giant bad nice that's right not bad it's okay 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 noch die letzte attacke jetzt oh gott also hätte ich jetzt allerdings mit so skills ging ja so gekämpft das wäre es für mich so chris bett clover nice it's an amazing battle es war es ist ihr wort wie sie ist klopft das sandwich nice punish an okay damit hätten wir das hier eine warte bewahrwärte wir haben mit ihr selbst nicht geredet wow how's this dojo makes me wanna fight can we go to sleep okay damit rules card das hat transplanted astrophin castleton and truly im back-end so we have town of castle they are but how um something arched lacking it fell if could have dove guys perhaps of being of an evil hall or something ich schweb das wahrscheinlich gar nicht richtig hinbekommen alter me egal bakery kommen wir mal rein a lancer natürlich oh i am chef lancer try my delicious hand from cookies they are free for a price what's the price zero dollars nice i am now put on to cookie and wife lancer cookie was added to a items and do well well welcome to top bakery i am this baker smith melius make a baby smith okay i don't know what any of these strange tools are for but using my skills i can fuse items create nuance was kunstern okay ich kann leider nix auswählen wir haben paar sachen strange blade so shop escape escape aus auswählen gedrückt was falsch ist chat kommt er breit von ist das technik you speak of okay und was ist noch fixers your body is a weapon too you must take care of it from time to time let's feel my technique nice somehow i want hp was restored well well don't you feel better after a nice massage uh-huh okay now we're not the dish here seems like had he likes this place he hopes you'll like it too yeah mcfelsi mama meba welcome to top bakery our special chefs been baked goods at the top of the class okay und du hier it's a clean start for us here okay die ich habe keiner was das bedeuten solle kaffee kommen immer rein oh it's great to be here with my best friend hey hey boss i'll have a duck handy staff a lemonade please hey if he seems fine okay und du mein chef und dem susi dvd sich der coolen type of book yes not mama meba i want to do on the vehicle but someone is already working there okay für kaffee das safe that serves pastries what in disgrace what's a humiliating thing will happen next kaffee das sind das alle die wohnen bekommen kann oder wie für z bekommen oder info noch okay auch da ist cool das ist super diesen quiet level 5 dislike die fans auch da ist super cool 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 okay das verhalte ich mir das cool okay da waren wir hier waren wir nicht im shop da ist wahrscheinlich ja hallo weil kommt wer was lange ist ja spooky sort haben wir das hier wird nichts helfen ich würde sagen wir nehmen doch bürger so drei stück einfach mal für das wir ein bisschen heilung aber ich habe keine ahnung was uns erwartet weil sie etwas noch weiß ist eine acht quid oder so soll geben sie ergern hat hier du sagst mir das bau okay da würde ich sagen geh mir hoch zum kasse die kassel town is transformed for the power of friendship you are filled with the power of friendship based architecture save es schloss die zu zahlen vermelde so es ist ein manual read the topic recuze if you spare and passify enough enemies of the same type they will be recruited recruits will appear in your town wonder what happens if you get them all you can check der ist wie kurz der das ist erzählt points setten boss sei excluded okay hätte das heißt muss manche paar mal so man muss Prozent die paar mal spieler um mitdings Prozent sie rekrutieren und ich dachte einmal und hat man sie ja okay hier sind mal ein auf der kontor schenke in der konflikten männern in der oka von nur wie alles klappt okay dass das ist ein geschehen und das müssen sie jetzt vorlesen das habe ich so also Erfahrung schon im kopf so item storage you will now have access to the storage when you are safe points when you are out of space items you find a buy will be sent to your storage feel free to put things inside you might not be able to use yet okay da ist praktisch ich will doch sagen die storage und hier können wir noch einmal cool recruited das heißt wir haben die alle warte hier für raus muss ich wieder an die Tassen gewöhnt ich bin gar nicht dran gewöhnt haben wir noch wie turn und halt safe so seven hier noch einmal ich würde auch sagen ich glaube wir haben eine gute länger für die erste folge wir haben uns ein bisschen umgeschaut sind wir ja in der dark world haben ein bisschen mit jedem geredet und ich würde sagen nächste folge gehen wir dann in das kassel wie gewollt von weltsee und sehen was uns so erwartet und wie das hier sich weiterentwickelt wird weil ich glaube ja kaum dass wir jetzt wieder alte teile der stadt beziehungsweise der stadt vom königreich erkunden angesichts dass sie jetzt ja ich mag es die anotiert also irgendwas neues muss wahrscheinlich dabei kommen schon mal gut vorstellen dass wir wahrscheinlich in die oberwelt müssen und dort teile suchen wir müssen um ein neues brett sozusagen oder ein teil der welt zu entzuträgen auch ja das sind wir dann in der nächsten folge dann dank fürs zuschauen in uns dann beim nächsten video auf